Es geht wieder los, die neuen Folgen Bauer sucht Frau. Die Sehnsucht, die Partnerin zu finden, ist schon groß bei mir. Ich bin gespannt, ob der Richtige dabei ist. Ja, jetzt kann man sich eigentlich nur noch drauf freuen. Hier beginnen sie, die großen Liebesgeschichten. Oh Gott, Jan. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Und ich freue mich. Bauer sucht Frau. Die neuen Folgen. Ab 20. November. Bauer sucht Frau.